Die US-Arbeitsmarktdaten sind raus und eigentlich ein Non-Event. Nicht so, wenn man aktuell gerade im Markt war, aber ihr seht, hier ist 14.30 Uhr in etwa oder kurz vorher und anschließend ging es mal einmal. Ihr seht, dass von diesem Niveau, das war 32.426, ging es runter bis 32.317, anschließend nochmal nach oben 32.600, also Bewegung war da. Aber wenn wir das aktuelle Niveau angucken, sind wir ziemlich exakt genau da, wo wir vorher waren. Also außer viel Wind nicht viel gewesen. Trotz alledem, ganz kurzer Blick da drauf, aber nur, dass ihr euch das selber mal angucken könnt. 311.000 Non-Farm-Payrolls im Februar, ein bisschen die Abweichung nach oben gegenüber der Vormeldung. Wir haben eine höhere Unemployment Rate, 3,6% nach erwarteten, erneuten 3,4% und so weiter und so fort. Schaut euch das selber an, dann habt ihr so etwa einen Eindruck. Gut, schon mal der Hinweis, ich werde im Laufe des Abends ein Video aufnehmen mit Dr. Jörg Rahn. Er ist ja Zykliker und guckt sich die fundamentalen Daten genau an. Und dann wollen wir mal vergleichen, was die Charts und die fundamentale Information zusammen vielleicht ergeben. Freut euch auf das Video, der Link kommt in Kürze. So, wir wollen aber charttechnisch im Moment bleiben. Ganz kurz im Nahkampf-Chart. Naja, was soll man zu der aktuellen Bewegung sagen? Wir waren runtergelaufen bis auf 32.000. Ihr seht das hier unten. Das war ja nicht so abwegig aus dem übergeordneten Bild. Wir haben das in den letzten Wochen immer wieder gesagt, dass sie 32.000 so typischerweise noch eine abgefrühstückte Marke ist. Und im gestrigen Video hatte ich darauf hingewiesen, dass es hier eine Short-Möglichkeit gibt an diesem Zwischentief. Das war tatsächlich etwas noch mal zur Augenschulung. Einfach, dass wir uns dessen noch mal bewusst werden, der Klassiker. Nämlich, dass wir im vorderen Teil einen klassischen Fünfweller haben, im mittleren Teil ein klassisches ABC, das Zwischentief hier. Ich habe gestern darauf hingewiesen mit den entsprechenden Marken. Wer es selber mitverfolgt hat, der kann das vielleicht ganz gut nachempfinden. Und die Zielmarke ist ja gerne das, was wir hier vorne haben, noch mal nach unten projiziert. Und ihr seht, naja, das hat in diesem Fall hingehauen. Das ist nicht immer so, dass er die dann auch wirklich so pünktlich erreicht und so pünktlich dreht. Aber die 100er Marke ist halt eine klassische Standard-Zielmarke, von der man eigentlich ganz gut ausgehen kann. So, das war allerdings Geschichte, aber dementsprechend auch nachvollziehbar, dass der Kurs anschließend dreht. Also, dass es hier eine Drehbewegung gab, wer sich hin und wieder auf die Bornbars noch mal konzentriert. Diese blauen Balken ist allerdings zu einer undankbaren Uhrzeit gleich schon heute Morgen gewesen. Aber wer solche Dinge im Auge hat, der hat dann gesehen. Der Markt hat sich auch schnell nach oben entsprechend abgesetzt und hatte nahezu zumindest mal sein Ziel erreicht. Auch wenn es beim Dow Jones noch nicht ganz erreicht war. So, also, wie ist es jetzt damit umzugehen? Die Aufwärtsbewegung hier, ist das eine richtig tolle? Findet ihr? Ich weiß noch nicht so richtig. Also, das ist noch nicht ganz überzeugend, was ich hier sehe. Das ist dann doch relativ langweilig. Viele sagen, naja, das ist doch immerhin jetzt schon so stark gestiegen. Ja, aber denkt immer dran, es kommt auch drauf an, wie etwas passiert. Nicht nur, dass etwas passiert, sondern auch, wie etwas passiert. Wer Familie hat, weiß, dass es einen Unterschied gibt von, ja, mache ich oder, na klar, Schatz, mache ich doch gerne. Und man dann auch tatsächlich sieht, dass es so entsprechend funktioniert. Na gut, wollen wir die Analogien aus dem wahren Leben mal weglassen? Ich bin noch nicht so 100% überzeugt, dass die Marktteilnehmer das ganz ernst meinen, was sie hier gezeigt haben. Also, noch ist die Chance da, dass das eigentlich, ja, nochmal nur einfach eine Counter, eine Gegenreaktion gegen diese starke Abwärtsbewegung war. Immerhin ist die Abwärtsbewegung noch nicht überlappend. Ihr seht das hier, das war das letzte Tief. Das war das, was wir gestern angesprochen hatten. Das ist das aktuelle Hoch und wer genau hinguckt, der sieht, dass das Tief gestern, 32.626 bezogen auf den Märzkontrakt und das Hoch von heute Mittag noch nicht überschneidend ist. Dementsprechend ist die Abwärtsseite noch nicht überschneidend, nicht überlappend, also noch nicht korrektiv. Und es wäre noch nicht mal sehr verwunderlich, wenn die Bewegung sich noch ein bisschen weiter fortsetzt. Wir hatten es angesprochen, die 32.000 hier, das wäre so halbwegs die Mindestgröße dieser Abwärtsbewegung. Mehr wäre durchaus nicht abzulehnen. Jetzt habe ich die blaue Linie, glaube ich, gerade aus Versehen gelöscht. Das war hier die Mindestmarke, 32.000, so halbwegs. Wir haben ein bisschen noch unterschritten. Also, irgendwo in diesem Bereich war ja das Tief als Minimummarke. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn wir auch noch ein bisschen tiefer gehen, 31.900 vielleicht. Oder im Rahmen auch der Trendlinie hier, die wird ja auch ganz gerne immer angesteuert, sogar möglicherweise noch ein bisschen niedriger. Also, ein bisschen Platz wäre noch da. Ich bin also noch nicht superbullisch. Allerdings muss ich dazu sagen, sind wir denn superbärisch aktuell? Na ja, wenn ich das Bild mir angucke, könnte schon fast wieder fünffällig sein. Allerdings, das hier, da werden wir noch gucken, ob das korrektiv ist und uns was Ähnliches bietet. Also, so richtig für die Short-Seite bin ich aktuell im Kurzfristigen nicht zu begeistern. Wir dürfen auch nicht vergessen, es ist Wochenende, steht vor der Tür. Ich kann mir vorstellen, dass sich der ein oder andere sagt, jetzt haben wir das einigermaßen gut überlegt heute Nachmittag. Jetzt lassen wir das Ganze mal so auf uns wirken und machen jetzt nicht nochmal Druck in die eine oder andere Richtung. Fangen nach dem Wochenende erstmal neu an. Mich wundern würde das zumindest mal nicht. Also, wer sich nicht übers Wochenende so sehr aus dem Fenster lehnen will, der möge gegebenenfalls Zurückhaltung nochmal hier walten lassen. Gucken wir mal, was es beim S&P gegeben hat. Da allerdings sieht die Abwärtsbewegung nach dem Hoch, das wir nach 14.30 Uhr hatten, ein bisschen anders aus. Ich mache das Bild mal groß. Also hier, das war nahezu das Gleiche. Nochmal ganz kurz als Augentraining. Alte Szenarien angucken, ist zwar fruchtlos, weil schon vorbei, aber es hilft, das Auge auf diese Verhaltensmuster immer wieder so ein bisschen zu konditionieren, dass man sagt, okay, ich erkenne diesen Zusammenhang, den wir da eben haben. So, wollen wir gucken, wie sieht das hier im 5-Minuten-Chart aus? Also, das müssen wir nicht nochmal breittreten. Im 5-Minuten-Chart ist das, was wir seit den letzten Hochs hier hatten, doch relativ, also das ist das Hoch, was wir heute nach 14.30 Uhr hatten. Wer es nicht genau im Auge hat, 3.900, was ist es, 78, 79 so ungefähr. Wie gesagt, auch hier beim S&P 500 Future im März-Kontrakt hier starke Abwärtsbewegung und deshalb eine Chance, dass sich das Bild, was wir gestern hatten, hier vielleicht sogar nochmal ergibt und dementsprechend hier abermals eine Abwärtsbewegung, vielleicht im Laufe des Nachmittags, abends oder möglicherweise zieht sich das noch länger, eben getriggert wird. Das hängt so ein bisschen davon ab, wann und wie diese Bewegung sich jetzt hier auflöst. Aber ihr seht, das Prinzip, was wir hier vorne mal besprochen hatten, nehme ich mit dieser starken Abwärtsbewegung und A, B, C, 3 will ich nach oben, nochmal die Fortsetzung nach unten. Jetzt machen wir das mal hier in diesem etwas größer gestrickten oder geschobenen Nahkampf-Chart, wie ich immer sage, relativ starke Abwärtsseite. Stellt euch dieses Verhaltensmuster oder vielleicht auch dieses Verhaltensmuster vor, dann wäre das entsprechend genau das gleiche, was wir vorher hatten, nur eben auf einer Stufe kleiner. Warum kleiner? Weil diese halt kürzer ist als die starke Abwärtsbewegung, die wir vorher haben. Aber es könnte sein, dass sich das hier im Weiteren nochmal eben entsprechend fortsetzt. Also keine Chance mehr für die bullische Seite. Na, so tragisch will ich das nicht sehen. Stellt euch vor, der Kurs macht jetzt das, marschiert aber weiter, triggert also gar nicht die Unterseiten, macht also irgendwie sowas. Dann wäre ich natürlich auch zwischendurch nochmal gewählt, hier die Long-Seiten entsprechend nach diesen Korrekturen gegebenenfalls mitzunehmen. Achtet aber immer drauf, welche Seite ist die stärkere, welche ist die schwächere Seite und bleibt auf der starken Seite. Dann seid ihr voraussichtlich eher auf der besseren Seite unterwegs. Also insofern da nicht zu sehr gegen den Wind, was auch immer, sondern gucken, dass ihr in der starken Richtung euch hinstellt und sagt, da mische ich mal ein bisschen mit. Wie sieht es beim Nasdaq aus? Ganz kurze, also hier das Bild ist nahezu das gleiche. Zielmarke ja auch erreicht. Die, die wir hier hatten, war noch auf dieses hoch. Wenn ihr das entsprechend anpasst auf das tatsächliche Hoch, dann war das hier, naja, er hat sogar diese Zielmarke erreicht, aber wäre das auch gewesen. Nasdaq allerdings, hatten wir gestern schon besprochen, war aufgrund der Konstellation weniger lohnenswert, weil die Chance-Risiko-Verhältnisse nicht so richtig sind. Das ist ganz wichtig. Bitte geht nicht davon aus, auch nicht, wenn das jetzt so mustergültig aufgegangen ist, dass das immer richtig geht. Also ich möchte niemals den Eindruck vermitteln, wir wissen immer genau, was in der Zukunft passiert. Unsere Fähigkeit als Händler ist, nicht die Zukunft vorher zu sehen. Unsere Fähigkeit der Händler ist, dass wir die Gestaltung so vornehmen, dass sie für uns im eventuellen Fall vorteilhaft ist. Das ist ein etwas anderer Ansatz, als viele das glauben. Viele glauben, nee, nee, wenn ich das und das mache oder hier irgendein Indikator dazu, dann weiß ich, was in Zukunft passiert. Na ja, kann man so sehen, muss man nicht unbedingt. Nein, das Entscheidende, die Fähigkeit, die Händler mitbringen, ist, die Gestaltung so vorzunehmen, dass man sagen kann, ja, ich weiß noch nicht, was passiert, aber egal, es ist eher vorteilhaft für mich. Also das ist, denke ich mal, eine der wesentlichen Eigenschaften, die ein Händler mitbringt. Gestern haben wir das besprochen. Im Zweifelsfall schaut euch das Video nochmal an, weshalb wir uns nicht für den Nasdaq entschieden haben, obwohl er auch das Ziel gesehen hat, sondern den Dow Jones, den ich gestern vorgeschlagen hatte, mit den ja ziemlich konkreten Marken, nur im Video, beziehungsweise im Born for Trading hatte ich dann auch die Marken nochmal extra genannt, aber so konntet ihr euch selber darauf vorbereiten. Es war ja im Chart mehr als offensichtlich, an welchen Stellen das war. Ich hatte die Marken ja genannt. So, also, wollen wir mal gucken, wie es aktuell hier aussieht. Und, naja, ebenfalls nicht so schlecht. Das könnte ein bisschen ähnlich sein, wie das, was wir beim S und P hatten. Eine relativ starke Abwärtsseite. Wenn wir jetzt hier eine A, B, C kriegen würden, wäre das ebenfalls zum Beispiel hier Trigger oder vielleicht sogar auf kleinerer Ebene. Wenn wir hier korrektiv nach oben gehen, wären das nochmal Short-Szenarien. Achtet allerdings drauf, wie hoch so eine Gegenbewegung geht. Wenn ihr da nicht sicher seid, messt vom höchsten Punkt, das ist der nach den Arbeitsmarktdaten, zum tiefsten Punkt. Das ist der tiefste Punkt nach den Arbeitsmarktdaten, um ein Viertel vor vier. Und dann habt ihr eine Zone. Die Zone ist die 38, 20er, 50er, 61, 8er Marke hier. Also, das ist die klassische Fibo-Zielzone sozusagen. Bis dahin ist es einwellig hoch, passt also noch nicht, wenn er das macht und damit in dieser Zone bliebe, wären das beste Voraussetzungen, wenn er die Abwärtsseite triggert. Und ihr seht, beim Nasdaq ist die Vermutung, wenn es so aussehen würde, ist nicht so lohnenswert, weil, wenn ich das nochmal hier runter projiziere, ihr seht, das Mindestziel dieser 100% Marke und wie wichtig die ist, haben wir uns vorhin beim Dow angeguckt, das ist nicht so lohnenswert. Ihr seht, hier ist der Vorteil gegenüber der Risikoseite nicht so groß, wie wir das zum Beispiel gestern hatten oder wie sich das möglicherweise noch beim S&P nachher ergibt. Also, im Moment bin ich noch nicht so super begeistert mit dem, was man jetzt aktuell machen sollte. Wenn ihr euch nicht zurückhalten wollt, könnt ihr natürlich gucken, starke Seite, schwache Seite, möglichst so, dass die Größenverhältnisse zwischen Mindestzielweite und der Stopweite einigermaßen passend ist. Ich hatte ja gestern ziemlich eindringlich erklärt, wie das in etwa aussieht, beziehungsweise eben gerade noch. Also, ich denke mal, das werdet ihr hinkriegen hier im Chartverlauf. Gucken wir mal auf den DAX, der ist nämlich relativ stark unterwegs gewesen und hat jetzt hier heute ja relativ schwach eröffnet. Ihr habt das gesehen, wir hatten gestern schon mal darüber gesprochen, dass es nicht so atypisch wäre, wenn er noch mal ein bisschen tiefer geht, dass er allerdings gleich so tief aufmacht. Das war zum gestrigen Videozeitpunkt natürlich noch nicht feststellbar oder noch nicht sicher. Aber wir hatten darüber gesprochen, eigentlich in diese Kiste sollte er noch mal reingehen. Also, da war jetzt kein so toller Long-Einstieg. Wir hatten es gestern auch noch mal so ein bisschen mit dem Indikator, wenn der schon so anfängt hier zu drehen. Gestern sah das zum Zeitpunkt des Videos, glaube ich, ungefähr noch so aus. Das ist dann so in etwa, das ist dann nicht der optimale Zeitpunkt. Jetzt gehe ich Long, er fängt eh an zu drehen. Dann lieber warten auf den Rücksetzer. Na gut, wir haben im Gap aufgemacht. Der Vorteil ist, dass wir damit allerdings immerhin wieder auf diesem niedrigen Niveau sind. Soll man also jetzt Long gehen? Vorsichtig, lasst euch das ein bisschen bestätigen. Das heißt, theoretisch könnte man jetzt sagen, wir sind doch hier tapfer auf dem Weg nach unten. Und das passt. Aber, ihr dürft auch nicht vergessen, diese Gegenbewegung korrektiv nach oben, diese Gegenbewegung, dreiwellig, also auch korrektiv auf dem Weg nach oben, überschneiden sich nicht. Das ist die Wellenlinie. Ihr seht das noch mal, dieses Tief hier. Und dieses Hoch hier, keine Überlappung. Das heißt, diese Bewegung, die wir bisher hier sehen, ist aktuell nicht korrektiv. Und dementsprechend besteht noch die Chance, dass das ein wenig weiter nach unten geht. Sprich, geht es nur korrektiv nach oben, ist das noch längst kein Kaufsignal. Allerdings, wenn der Kurs erst mal hier drüber geht, dann ist es sicherlich noch mal eine Kaufseite. Denn dann wäre das letzte Tief ja hier gewesen. Das war das Tief heute um 9.15 Uhr sozusagen, kurz nach der Öffnung, 15.315 in etwa. Das wäre dann quasi dreiwellig. Aber ich muss euch nicht erzählen, dass das kein guter Einstieg ist. Der ist einfach zu weit weg. Und wer vorher rein gehen will, der braucht bis dahin stark und schwach wieder in der Abwechslung. Haben wir aber aktuell nicht. Also im Moment keine Kaufseite. Es ist eher die Longseite, die die Korrektive ist. Wir sehen das an diesem und an diesem Muster. Das heißt, solange wir scharf runtergehen und vielleicht in Folge noch mal wackelig hochgehen, würde ich sogar auch beim DAX die Shortseite noch mal favorisieren. Also ihr seht, so richtig bullish bin ich vor dem Wochenende nicht mehr. Ob man unbedingt jetzt über das Wochenende das Risiko halten sollte, das ist also erstmal offen. Wer natürlich im großen Bild unterwegs ist, der kann nach wie vor mit diesen übergeordneten Stops agieren und kann sagen, naja, solange wir oberhalb dieser Marken bleiben, passiert ja erstmal nichts. Das ist in Ordnung für die ganz langfristigen. Allerdings achtet darauf, wir nähern uns diesem Stopp-Niveau. Und ich kann mir vorstellen, wenn wir da dann durchgehen, dann wird dieses Szenario noch mal spannend. Ja, spannend wird wahrscheinlich das Gespräch mit Dr. Jörg Rahn. Er ist Zykliker und, naja, als Chief Investment Officer im Milliarden, eigentlich muss man sagen Multimilliarden-Bereich unterwegs. Sicherlich ein interessanter Gesprächspartner für die, die auch wissen wollen, wie geht das große Geld mit diesen Situationen um? Wie sind die aktuellen Nachrichten zu bewerten? Dem sei jetzt schon mal empfohlen, das Video, was ich nachher aufnehmen werde, voraussichtlich dann morgen am Samstag dann zur Verfügung gestellt wird. Dann könnt ihr euch ein bisschen einstimmen, wie das große Geld die Situation jetzt aktuell einschätzt und ob das ein guter Einstiegspunkt ist, ein guter Ausstiegspunkt oder ein guter Punkt ist, die Investitionen zu wechseln. Das will ich aber noch nicht vorwegnehmen, das werden wir nachher hören. Bis dahin euch erstmal alles Gute und liebe Grüße. Auf Wiedersehen. Meine Ausstieg rate Dos. win released